Fuchs und sind Spindlinge. Aha! Ich darf nur noch fliegen. Ok, das müssen wir glaube ich nochmal holen. Einen Flugattacker. Einen Spindlinge hier. Sehr schön. Ich gehe nochmal zurück um den eigenen Stern zu holen. Jetzt können wir auch noch einen holen. Sehr schön. Na komm und jetzt, Anlauf. Und, sehr schön. Mit der Hilfe der Spindlinge sind wir hinauf geraten. Ok, wo geht es hier nirgendwo? Irgendwelter Stern. Und wenn die Sterne auch immer der Sonne entgegen. Eine Quelle. Sehr schön. Da wollen wir bestimmt hin zur Quelle. Und weitere Schmitterlinge. Ah, jetzt habe ich schon eine ganze Wur da. Ok, was donnert hier so? Der Wasserfall donnert. Ok, hier geht es hoch. Ok, das hat nicht viel gebraucht. Und wir müssen dann noch über den Wasserfall drüber springen. In die Sonne hinein. Den ersten Sprung, den wir machen, der wird gepusht von den Schmitterlingen. Jetzt wird man vielleicht ohne Sprung bis hier hin hochkommen. Ok, das war jetzt. Da kommt man auch ohne Sprung nicht hoch. Ok. Hier mal eine Lücke rein. So was für das Steh hier von uns. Durch den Wasserfall. So interessant ist es nicht in dem Wasserfall. Kein Geheimversteck. Da geht es weiter. Dann holen wir die Mauer hoch. Dann holen wir uns mal diese Schmitterlinge hier. Falls das reicht. Dann holen wir uns mal die Mauer hinauf. Dann brauchen wir die drei Schmitterlinge, um da hochzukommen. Wir müssen da rausfinden. Ohne Schmitterlinge zu verlieren hochkommen. Wir müssen da rausfinden. Genau, drei. Bloß, ja. Was zu erwarten war. Jetzt müssen wir den Weg finden. Wir müssen da hochgekrochen kommen ohne Schmitterlinge zu aktivieren. Mit einfachen Sprung. Mit einfachen Sprung. Ein Doppelsprung. So einen. Nicht so einen. Können wir gleich mal ausprobieren. Können wir gleich mal ausprobieren. Und wir holen uns den als erstes. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit einen Reihenzug zu gehen. Das klingt gut. Klingt nach einer Idee. Ich muss hier keinen Doppelsprung machen. Das ist wohl ein Monster hin. Der dritten Schwindelingshaufen. Der dritten Schwindelingshaufen. 100 Zoll. Ich habe eine Idee. Wir müssen uns den nur als letztes holen. Aber da können wir ohne Sprung gehen. Es musste erstmal ausgedüftet werden. Ein kleines Rätselchen. Das lässt sich doch machen. Wir können uns entspannt hoch. Wir können jetzt nicht mehr springen. Finger weg von der Leertaste. Aber wenn wir da nicht springen können. Wir müssen mal andere Weg finden. Es muss ohne Sprung gehen. Auf einmal springen dann. Und auf einmal springen dann. Wir müssen den Endstern bleiben. Wir müssen den Endstern bleiben. Und tun nur die letzten drei Schmerzen. Wir müssen den Endstern bleiben. 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 Und jetzt alle gemeinsam. Wir müssen den Endstern bleiben. Ich hatte den Endstern. Das war mein einziges Ziel für eine lange Zeit. Sehr schön. Wir müssen den Endstern bleiben. Nur noch einen Stern. Ich habe den Endstern gegeben. Wir haben den Endstern. Wir haben den Endstern... Und weiter gehts. Und da war es so. Und da war es so. So, unterwegs zu... Was auch immer dorthin qualmt. Geradeaus. Dorthin. Das ist ein Geysir. Eine heiße Quelle. Oder ähnlichem. Mal schauen, was uns dort erwartet. Bei den Steinen. Okay. Sehr schön. Eine Rastfunktion. Sehr schön. Wenn man die ganze Zeit nur eine Taste drückt. Sprint-Taste und das. Sprint-Taste und W. Ah, da ist schon der erste Baum. Da wollen wir hin. Ist das der erste Baum. Der erste Baum. Der erste Baum. Von dem hier die Rede ist. Und das ist der erste Baum. In den Zeiten, in denen ich ihn den meisten liebte. Er hat mich immer wieder aufgetragen. Ich miss ihn. Für ein Jahr lang, er fragte mich jede Woche, als wir nach Camping waren. Ich dachte, er war einfach so gross. Eventually, um ihn aufzuhören, ich agreed. Wir haben die Warn-Lawnd-Chair aus dem Garage gebracht. Und haben wir ein Cinderblock-Campfire, an dem Ort, die wir immer hinter dem Haus verwendet haben. Wir gehen über die Mountain-Path, und in den Windern zu spüren. Das Bindern kann ich noch nie, Das Joseph für den Zdenzino zerstört. Ich fühlte mich klein, aber glücklich. Als die Sonne sette, mein Dad fand ich etwas, das ich noch nie gesehen habe. Das Baum, wo ich mein erstes Karven habe, als ich 6 Jahre alt war. Ich habe es nicht sogar Karven, mein Dad hat mir geholfen. Aber ich habe es noch immer noch mein Baum. Ich habe es noch nie gesehen. 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 Aber ich war es noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen, wie ich mit meinen Freundinnen bin. Aber ich habe es noch nie vergessen. Ich habe es mir gesagt, dass er da für mich wäre. Und er sagte, dass, wenn ich nur mein Name auf ein Grund auf dem Baum zu sprechen, dass ich mich wiedergitete, dass ich sie in meinem Raum rausgeflutte. Ich weiß nicht, warum es mir so lange dauert es, Aber dann wusste ich, wie viel er sich für mich hat. Untertitelung des ZDF, 2020